Ich begrüße Sie zu Israel Netz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Die strategische Allianz zwischen Israel und den Vereinigten Staaten ist stärker denn je. Das betonte Israels Premierminister Netanyahu in seinen Glückwünschen für US-Präsident Obama zu dessen Wiederwahl. Er werde die Zusammenarbeit mit Obama fortsetzen, um das grundlegende Bedürfnis der israelischen Bürger nach Sicherheit zu gewährleisten, sagte Netanyahu. Staatspräsident Peres lobte Obama als einen außergewöhnlichen Menschen, der um den Frieden und das Wohl aller Menschen besorgt sei. Barack Obama hatte sich bei den Präsidentschaftswahlen in der Nacht zum Mittwoch klar gegen seinen republikanischen Herausforderer Mitt Romney durchgesetzt. Ein Fahrzeug der israelischen Armee ist während einer Patrouillenfahrt in den Golanhöhen von Kugeln aus Syrien getroffen worden. Das Fahrzeug sei beschädigt worden, aber es habe keine Opfer gegeben, sagte eine Armeesprecherin am Montag. Alles deute darauf hin, dass es sich um verirrte Kugeln der Kämpfe zwischen der regulären syrischen Armee und syrischen Rebellen gehandelt habe. Israel habe die UN-Beobachtertruppe, die eine Pufferzone zwischen beiden Ländern kontrolliert, von dem Zwischenfall unterrichtet. Erst am Samstag waren drei syrische Kampfpanzer in die Zone eingedrungen, in der sich nur UN-Truppen aufhalten dürfen. Ein ägyptisches Verwaltungsgericht hat eine Klage gegen das Camp David-Abkommen zwischen Ägypten und Israel zurückgewiesen. Mehrere Anwälte in Ägypten sehen die Sinai-Halbinsel durch den Friedensvertrag bedroht. Die drei Kläger machten in ihrem Antrag die begrenzte Militärpräsenz im Sinai für ein Anwachsen der dortigen Terrororganisationen verantwortlich. Ihrer Meinung nach müsse der Friedensvertrag aufgehoben werden. Das Gericht begründete die Ablehnung damit, dass der Fall eine Staatsangelegenheit sei und vom ägyptischen Präsidenten entschieden werden müsse. Das Technologieunternehmen Intel will umgerechnet 4 Millionen Euro in die wissenschaftliche Ausbildung israelischer Schüler investieren. Das gab der amerikanische Intel-Geschäftsführer Ottelini bei einem Besuch in Israel bekannt. Intel möchte über die nächsten vier Jahre wissenschaftliche, technologische und mathematische Bildung in der Oberstufe unterstützen. Rund 8000 Angestellte arbeiten in den Entwicklungs- und Produktionszentren von Intel in Israel. Einige der raffiniertesten technischen Entwicklungen der Firma kämen aus dem Land, sagte Ottelini. Die israelische Armee hat eine Provokation durch palästinensische Kinder auf Video aufgezeichnet. Wütend stehen die Kinder vor israelischen Soldaten und beschimpfen diese. All das tun sie im Beisein zahlreicher Pressevertreter und erwachsener Palästinenser. Sie haben ein Ziel, die Soldaten zu einer gewalttätigen Aktion zu provozieren, um später der Welt zu zeigen, wie brutal die israelische Armee gegen wehrlose Kinder vorgehe. Laut palästinensischen Angaben war der Bruder eines der Kinder zuvor von Soldaten verhaftet worden. Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Freitag während einer palästinensischen Protestveranstaltung in der Ortschaft Nabi Salih im Westjordanland. Das war Israel Netz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.